Herzlich Willkommen zum jährlichen Sperma-Rennen der Familie Meier. Unsere Kandidaten Cappy, Wladimir, Smokey und Wurmy werden sich nichts schenken. Oh, das wird spannend. Auf jeden Fall. Wladimir und Wurmy scheinen Probleme zu haben. Smokey setzt sich vor, aber Cappy wird ihr nicht gewinnen lassen. Oh, was ist das? Smokey fängt an zu husten. Was war das jetzt? Smokey hat wohl viel zu viel gequalt. Cappy lässt sich nicht aufhalten. Er fließt Richtung Ziel. Und Cappy ist in der Eizelle und damit Sieger. Ich habe sie nicht aufhalten. Aber wir müssen Sieg nicht aufhalten.